Können wir schon mal ein bisschen was Technisches erklären? Das wollten wir eigentlich, oder können wir das jetzt schon mal machen? So, hallo Podcast, hallo YouTube. Wir sind jetzt einfach im Warm-up und nehmen euch da schon mal mit, ausnahmsweise. Wir warten gerade noch auf Case Perfectness Benjamin Sachs. Der ist noch nicht available, aber es kann nur eine Frage von Sekunden sein. Aber wir können euch schon mal mitnehmen. Und den jungen Mann mit dem Drei-Tage-Bahn, das ist nicht der Cousin vom Laini, das ist natürlich Norbert Degg. Aber er möchte quasi den Look-A-Like-Contest vom Laini gewinnen. Absolut, mein Ziel ist, dass man uns beide eines Tages nicht mehr unterscheidet. Sehr gut, da bin ich mal gespannt. Da brauchst du aber dringend noch schlechte Zähne. Aber gut, das kann man ja auch noch. Und eine Brille. Aber die Brille brauche ich tatsächlich. Eigentlich brauche ich eine Brille, aber ich habe sie gerne. Ah, okay. Da bin ich ehrlich. Wenn wir beim Warm-Up sind, kann ich ja schon mal sagen, ich hatte ja beim letzten Mal, als ich bei euch zu Gast war, hatte ich ja einen ganz klaren Auftrag an euch gestellt. Und zwar, dass ihr mich zum Moderator von Doppelpass macht. Da ist jetzt in dieser Richtung ja so gar nichts passiert, muss ich sagen. Und jetzt ist es dieser Florian König. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist er nicht bei seiner Formel 1 geblieben? Aber was mich gewundert hat, war jetzt am Sonntag, sorry Norbert, aber war jetzt am Sonntag nicht Rudolf Brückner da? Ja, weil der König krank ist. Der König ist krank. Stimmt, das habe ich, genau. Der wurde kurzfristig krank, muss dann auch sagen. Diesen Sonntag habe ich es aber nicht gesehen. Ja, es war schön. Also Brückner, das war ja die ersten, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte. Und ich dachte mir nur, haben sie jetzt eine Wiederholung oder was? Also der Laini hatte mir gesagt, er wollte sich für dich hochschlafen, aber ich weiß nicht, was da ist. Das hat sich wahrscheinlich nicht ergeben. Das war es mit dem Florian, Laini, erzähl mal. Jetzt, wo noch keiner zuhört. Sein Podcast heißt ja nicht umsonst die Königspartie, also. Also Freunde, wir sind jetzt, Entschuldigung, Herr Barton. Nein, nein, bitte. Ich wollte nicht sagen, wir sind jetzt gerade im Warm-up, das zeige ich mal. Aber wir warten jetzt noch gerade. Er müsste in wenigen Augenblicken dazukommen, unser Experte Benjamin Sachs. Wir können aber vorab schon mal sagen, normalerweise, also wir haben jetzt während der Aufnahme Mittwoch, 29.09. kurz nach 8. Normalerweise ist es ja so, dass der Podcast beziehungsweise YouTube erscheint. Also wir nehmen am Dienstag in der Regel um 8 auf und um 9 kommt es raus. Ist ja alles on demand, nur aber als Info für euch. In der Woche, also wenn in der Woche Champions League ist, dann nehmen wir Mittwoch auf, damit wir den, wie es jetzt in dieser Woche geplant war, den Champions League Dienstag quasi mitnehmen können. In dem Fall, jetzt momentan, haben wir allerdings ein bisschen technische Schwierigkeiten. Der Laini hat es schon bei Insta erwähnt. Wir haben momentan ein bisschen technische Schwierigkeiten beim Hochladen der Datei. Wir sind angemeldet bei podcaster.de. Wenn du das da hochlädst, verteilt die das automatisch bei Spotify, Amazon etc. pp. Das heißt, da musst du gar nichts mehr machen. Wir sind mit dem technischen Support von Podcaster in Verbindung. Es sieht auch ganz gut aus, aber es könnte sein, dass wenn du die Folge jetzt hörst, in der Bahn, im Auto, wo auch immer, dass diese Folge ausnahmsweise am Donnerstag oder am Freitag erst online ist. Aber ab nächster Woche gilt dann wieder der Dienstag-Mittwoch-Rhythmus. Das schon mal als Info vorab. Genau, das heißt, wir behalten den Rhythmus, weil es einfach nur technische Schwierigkeiten, aber wir sind weiterhin am Start. Genau. Das ist dann geendet. Genau, genau. Nur, das ist halt manchmal so. Aber ansonsten ist Podcaster ein Megaportal, was es einem sehr einfach macht, Zeug hochzuladen und noch irgendwie Texte zu ändern. Und die sind in der Regel, also wenn man es da hochlädt, sind die in der, Lani, korrigiere mich, jetzt sind die innerhalb von fünf Minuten die Folgen online. Also maximus zehn Minuten. Und sogar ich komme auf Podcaster klar. Und ich bin technisch so auf ihn, ich schaffe es gerade mal so abends die Kaffeemaschine zu programmieren für den nächsten Morgen. Und also es ist wirklich sehr, sehr einfach sehr, sehr cool. Gruß an die Jungs auch. Aber manchmal gibt es halt ein paar technische Probleme. Wir hatten das ja auch schon mal. Genau, und die ändern auch zwischendurch so ein bisschen die Optik und die Haptik der Webseite. Manchmal ist es besser, manchmal weniger gut. Aber fragen auch direkt die User, okay, wie ist die, hat das jetzt Sinn gemacht? Du kriegst täglich deine Einschaltquoten und kriegst immer irgendwie die Zuhörer und die aktuellen Abos und die Downloads. Das heißt, du kannst auch immer genau gucken. Okay, deshalb ist es auch relativ, weil wir haben teilweise zwei, drei, vier Tage nacheinander, wo man sagt, ja, so 20, 30 Hörer. Und auf einmal knallt es nach oben, du hast 200 Hörer. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was du für eine Werbemastung machst etc. Ich versuche es jetzt gerade immer, wenn Benni, ansonsten können wir ja einfach schon mal starten. Genau, es ist ja wirklich sehr viel passiert. Nicht nur in der Bundesliga, Champions League Gäste. Norbert hat es erwähnt vorhin, kurz vor Aufnahme. Und interessant ist ja auch, dass ihr mal sehen könnt, dass wir ja jetzt nicht irgendwie uns treffen, aufnehmen und wieder gehen. Sondern das ist jetzt ja quasi ein Warm-up, was wir so jetzt eigentlich nicht machen. Aber es ist ja auch mal interessant zu sehen, auch wir müssen mal warten. Wir haben auch mal hier ein Problem, weswegen es mal fünf oder zehn Minuten länger dauert. Ist ja auch mal interessant. Also die Leute kriegen ja immer nur das Endprodukt zu sehen oder zu hören. Ist ja auch mal interessant. Wobei wir eigentlich sowohl als auch eigentlich relativ normal reden. Also vielleicht ist es eher nochmal ein bisschen Hochglanz und ein bisschen klarer von der Formulierung. Aber im Endeffekt sind wir ja... Ja gut, abgesehen davon, dass wenn die Leute unseren Humor kennen würden, da wird morgen aber Amnesty International vor der Tür stehen. Aber gut, das lassen wir hier außen vor. Das ist ein kleiner Scherz. So weit ist es schon. So weit ist es schon. Genau, und wenn ihr das jetzt... Wir wissen es ja nicht, wir wissen ja nicht, wann ihr das hört. Aber jetzt am Mittwochabend ist natürlich auch um 21 Uhr dann die Bayern in der Champions League. Und das würde ich auch gerne komplett sehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und der Benni, der springt einfach rein ins Wasser. Vielleicht hat er auch verschlafen oder hat noch einen Termin. Man weiß es nicht. Freunde, dann sagen wir erst mal Hallo und herzlich willkommen. Und jetzt ganz offiziell ist ja wie bei Wetten, dass... Hallo Österreich, Schweiz. Wir sehen live aus Lien. Freunde, die Zeit, die Zeit. Servus. Hallo. Servus. Die Podcast. Hallo. Ja. Eine der wenigen wirklich schlechten Gottsargumentationen, die es gibt. Meine Damen und Herren. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei Abseits, der Fußball-Podcast Folge 121. Wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt wahnsinnig viel zu bequatschen. Und wir wollen es halbwegs im zweieinhalb, dreistündigen Bereich belassen. Deshalb fangen wir jetzt direkt an. Bitter Applaus. Wir sind mit dabei natürlich. Delaney. Schönen guten Abend. Servus. Und wie immer seit vier und acht Jahren, der Steffen an meiner Seite. Guten Abend. Und wir freuen uns sehr. Ihr habt ihn vor ein paar Folgen schon mal gehört. Er ist ein lieber Freund, dieses Podcast. Er ist Sprecher. Er ist Schauspieler. Er ist Mediencoach. Er ist, so kann man sagen, kurz davor, den HR komplett zu übernehmen. Und er ist ein Fußballfachmann-Experte. Davon abgesehen, muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, er hat mein heiß geliebtes Improvisationstheater nach Deutschland gebracht. Bitter Applaus für Norbert Degg. Dankeschön. Es ist eine Freude, mal wieder bei euch zu sein. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich bin sofort wieder da. Ich glaube, die Katze muss mal kurz, ihr wisst ja, wer es ist. Ach so, meine Güte. Dann machen wir noch kurz die Einleitung, Norbert. Und beginn doch am besten, so wie immer, mit der Eintracht. Und dem Wochenendspiel gegen den 1. FC Gönn. Steffen und ich waren live vor Ort. Und hast du das Spiel gesehen oder Ausschnitte, beziehungsweise was ist dein Eindruck von diesem Spiel? Da konnte ich tatsächlich nur Ausschnitte sehen. und bin, ich muss ehrlich sagen, also ich bin jetzt mal wirklich auf eure Rückmeldung gespannt, weil ihr jetzt eben vor Ort wart. Weil ich habe zu dieser Mannschaft in dieser Saison noch so gar kein Gefühl. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Das war in den letzten Jahren anders. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ja, okay, vielleicht läuft es jetzt gerade mal nicht. Vielleicht sind wir mal nicht. Aber da ist Potenzial da und ich konnte das Potenzial irgendwie sehen. Und jetzt bin ich mir sehr unsicher gerade, was mit den Jungs so ist. Die Lammers und die Borees und so, die natürlich schon jetzt anfangen, ihre Tore zu schießen. Aber was ist mit der Mannschaft? Ich bin mit der Mannschaft noch nicht so ganz klar. Also ich würde jetzt gern von euch hören, wie war es vor Ort? Wie war die Stimmung? Was nehmt ihr so wahr? Also das Ding ist, Steffen war zweimal da. Ich war jetzt bei allen drei Heimspielen da. Das war jetzt das Erste, was wir nebeneinander zusammen geschaut haben. Und in allen drei Heimspielen war eine Sache ein bisschen bezeichnend. Natürlich, es ist eine neue Mannschaft. Es dauert, es kann nicht von heute auf morgen gehen, weil die Stürme, die wir geholt haben oder die Offensiven, die kennen die Bundesliga nicht. Aber was bezeichnend war für mich ist, bis zum gegnerischen Tor läuft es wirklich gut. Gemäß der Tatsache, dass Stützen weggebrochen sind und so weiter. Aber Steffen hat neben mir auch was Bezeichnendes gesagt, mitten im Spiel, tippt er mich an und sagt, guck dir mal den Kostic an. Der spielt wie vorher, aber der findet keine Anspielstation. Der soll nicht hinspielen. Und ich glaube, dass die Stürmer einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Die Stimmung war gut im Stadion. Das fand ich sehr cool. Aber das dauert halt alles noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Ich denke, wenn die Mannschaft eingespielt ist, ob jetzt der UEFA Cup, geschweige denn die Champions League bei raus springt, ist die eine Sache, glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke, eingespielt ist ein guter Mittelfeldplatz drin. Steffen, wie hast du es gesehen? Das Spiel am Samstag vor allem. Ja, also jetzt nach sechs Spieltagen Platz 14. Ich habe vorhin noch im Kicker gelesen, Eintracht-Fans bleibt hoffnungsfroh, weil ich glaube, mit die besten Zahlen der Liga im Pressing und im Ballerobern im vorderen Drittel sagt, ja, Statistik, also ja, es ist gerade so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch. Man sieht, es geht besser bei manchen Vereinen, also jetzt wie bei den Bayern, wobei, also man muss auch sagen, also wer spielt gerade in der Liga, wer hat sich wirklich schon gefunden? Dortmund noch nicht, Leipzig noch lange nicht, Gladbach noch nicht. Also das ist jetzt noch nicht so, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, weil du sonst immer die Situation hast, einer gibt Gas und man sagt, oh, die Bayern dieses Jahr nicht und dann dreht es jetzt doch wieder. Dann hast du Vereine wie Hertha, die gerade so nirgendwo rumschweben. Das heißt auch, das Spiel am Samstag, wobei Gratulation an die, ich rufe den Benni gerade nebenbei nochmal an, an die Fans von Köln, das war wirklich, also ich glaube, da waren 500, 600 Leute, waren da mitgereist, aber die haben Stimmung gemacht für 3000. Die Eintracht-Fans, da merkt man schon, dass die Ultras immer noch nicht im Stadion sind, was die Stimmung betrifft. Das Spiel ist nicht schlecht, aber ich habe immer das Gefühl, der Gegner passt sich so ein bisschen dem Spiel der Eintracht an. Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, noch Kraut und Rüben und teilweise, also gerade was so ein Da Costa, was der Drab, das ist teilweise schon so ein bisschen zähig. Also Drab ist gerade wirklich, warum auch immer, sehr, 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 sehr unsicher. Also sehr, boah, das ist schon hart. Ich muss nur ganz kurz sagen, wir haben uns wirklich wie Waldorf und Städtler aufgeregt auf der Tribüne, weil der Trab, ich meine, ich habe ihn lieb. Es ist der Kevin, es ist der Hübsche mit Social Media, aber du hast es auch, glaube ich, gesagt am Samstag, Steffen, Social Media ist im Moment bei ihm erfolgreicher als das Spiel. Das 1 zu 0, oder nee, das 1 zu 1, was abgeschwissen wurde, da hat er auch einen Ball abprallen lassen von der Brust, der eigentlich sicher ist. Also das ist ein bisschen schwierig. Nervosität, ich weiß es nicht. Das passiert ihm ja doch schon häufiger mal, dass er gerade, wenn er Bälle abprallen lässt, sie nicht optimal zur Seite abwehrt. Oder eben sie dann einfach nicht festhält. Ich weiß auch nicht, also Nervosität, das kann ja nur irgendwas Privates sein. Weil das ist ja, ich sehe jetzt nicht, dass ihn die Mannschaft jetzt beunruhiger wird. Mit seiner Erfahrung glaube ich daran jetzt nicht mehr. Aber ich sehe es ein bisschen ähnlich, dass selbst die Stützen der Mannschaft, also die man jetzt die letzten Jahre, die zu unterstützen wurden, vielleicht auch noch nicht so ganz ihr Ding abrufen, bis auf den Kostic vielleicht. Aber das ist eben ja auch nicht alles. Gut, der legt halt praktisch jedes Tor vor, was er zählt für uns ungefähr. Aber sonst habe ich das Gefühl, die sind noch nicht so präsent, die sind noch nicht so da. Selbst die Erfahrenen und die schon bei der Eintrachtlinge sind. Ich glaube, man muss auch dazu noch sagen, ich weiß es, ich sage das in jeder Sendung, aber das ist entscheidend. Uns fehlen 28 Tore in Form von Silber. Nach denen ich gerne nochmal kommen möchte, den habe ich aufgeschrieben als Extrapunkt. Aber das ist natürlich, stellen wir uns vor, hätte der die 28 Spiele nicht gemacht letztes Jahr, sondern wir nicht sehen. Wo wären wir? Oh, da ist er. Er war kurz da. Er war kurz da. Er fand ja sowas von bescheiden, dass er gesagt hat, nee. Schalte mich sofort aus. Wer ist denn da der Zwillingsbruder vom Leini? Da denke ich, das ist nicht so viel. Ja, es ist, ich habe, also ja, Silber. Oh, da ist er. Oh, Bernie von Giorno. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ich muss mal blinken, ich muss mal blinken, sonst mache ich einen Unfall. Servus, Freunde. Wo ist denn unser Trainer unterwegs? Gab es wieder Verhandlungen? Ja, Thomas Gottschalk ist back. Seht ihr mich? Ja. Auf welcher Autobahn bist du gerade unterwegs? Dazu will ich mich jetzt hier nicht äußern. Ah, weil so ein Spekulationen kommen. Oh. Schlau. 661, auf der Weg nach Neu-Insburg, zu Steffen Herdlein. Da willst du aber gerade ein Höschen anziehen, mein Lieber, aber für dich mache ich das gern. Und dann ein Interrat. Ja, genau. Zu Leini. Benni, bevor ich dir den Norbert vorstelle, sag uns doch kurz, wie ist das in Kiel? Ja, okay, du hast mich ertabt. Das ist auch sprachlos. Selten vorher, aber ja. Die Autobahn. Ist es wirklich Kiel? Darfst du doch nicht verhalten. Nee, Holstein hat noch ein paar andere Kandidaten. Bei Holstein-Kiel gibt es doch noch den Neuhaus, da gibt es doch noch den Thion, der in Hamburg war. Selbst in Kohfeldt wird in Spindow gebracht. Das wird er nicht machen, weil er in Bremen noch gut bezahlt wird. Er hat erst Liga spekuliert. Aber da sind wir jetzt nicht vorne dabei. Das sind dann eher so Vereine gewesen, wie jetzt Aue, Ingolstadt, Sandhausen, ja, dritte Liga, ja, so spitze Vereine, die nach oben wollen, aber gerade nicht so gut stehen. Das ist jetzt gerade so. Und sag uns doch bitte ganz, wenn ich so weit, sag einfach irgendwann, wenn du keine Lust hast, die Frage zu beantworten, aber läuft das dann über einen Berater alles oder über einen Drares oder wie bist du da im Boot? Also wie läuft so eine Vertragsverhandlung, wenn da der Klub sagt, wir brauchen einen neuen Trainer oder ist das ein Casting? Unterschiedlich. Jetzt bei Würzburg war es so, dass Felix Maggert direkt den Bernhard Drares angerufen hat, weil sie sich kannten, weil er war ja sein Trainer gewesen in Bremen. Dann gibt es aber auch wieder wir Sandhausen, da waren wir halt jetzt mit der Endverlosung, war Sandhausen, wir können ja hier unter uns reden. Ja, hört ihr keiner. Alu, ich war es genommen, weil es war zweimal da und er hat zweimal die Klasse gehalten. Also ein stabiles Programm aus ihrer Sicht, aber da war man natürlich mit der Endverlosung, da wurde es jetzt über Berater zum Beispiel gemacht, weil der den Präsidenten Bachmeier schon lange kennt und ja, dann ist es jetzt bei denen Probleme, da haben sich Probleme ergeben und dann, ja, so kommt das dann aus unterschiedlichen Kanälen manchmal, aber der Berater wickelt schon vieles ab, auch gerade so die Verträge, weil da musst du schon aufpassen, weil, ja, dann schreibt man irgendwas und dann am Ende kann sich keiner, also, dann kann es ja mal sein, dass man sich trennt, das ist ja immer so, wenn du Vertragung da schreibst, dann weißt du schon, dass du die Kündigung irgendwie hast und dann musst du es ja auch geklärt sein, was danach ist, nicht, dass es dann noch hohe Probleme gibt, sondern dem Motto, ich bin froh, dass du das geschrieben hast, aber du musst dich als Trainer immer absichern, weil du musst dich auch mal davon aus, dass du, ja, dass du keinen Verein hast und dann musst du ja dann irgendwie auch schon irgendwie davon leben können, deswegen, meistens haben die Trainer eher das Risiko, also die Vereine machen, als würde ich versuchen, immer alle möglichen Klauseln einzubauen, dass du dann weniger verdienst und keine Prämien bekommst und so weiter, da musst du schon aufpassen, deswegen ist es gut, dass es dann so leutig ist. Ganz kurz, sprichst du jetzt, sprichst du jetzt gerade von meinem Ehevertrag, oder? Jetzt kannst du, sprichst du gerade kurz raus, ja. Gut, also du hast ja alles mitgebracht und den, oder nee, Kerl, stimmt, das bleibt nicht wahr. Benni, bei Hertha wird bald was frei, also mit Valium und genug Wein kannst du auch den Job bewältigen, also kann man machen. Kertitsch, Kertitsch. Ah, Kertitsch. Ah, ja. Okay. Ich habe es doch richtig verstanden, du wirst doch noch, geht da ein Vertrag, oder euer Vertrag, bei den Würzburger Kickers nicht eh noch bis Mitte nächsten Jahres, also seid ihr da nicht noch quasi in Lohn und Brot, oder seid ihr jetzt schon für Glänzer? Okay. Der läuft dann zu den gleichen Konditionen, sind ja auch abgestiegen, das muss man ja auch nochmal relativieren, Zweite Liga, Drittliga ist schon eine große Fisch der Part, aber der läuft noch gut, die haben ja auch dann den Cut gemacht, obwohl wir eigentlich auf dem aufstehenden Acht waren, da haben die ja die Entscheidung getroffen. Für uns war es nicht gut, jetzt die Mannschaft ist neunzehnte, achtzehnte in der dritten Liga, zehn Spieler haben noch keinen Verein, viele Spieler sind da immer noch, aber die Form stimmt auch nicht, also für uns ist eigentlich gut gelaufen, aber wir hätten uns schon zugetraut, das Ding über den Strich zu führen, aber deswegen müssen sie halt jetzt zahlen, weil du lässt dich ja nicht bezahlen für das, was du liebst, sondern für Fußball, sondern sicher für den Scheiß bezahlen, der dann drumherum passiert. Aber darf ich noch eine Frage stellen, wenn du dir, also wenn jetzt so ein Verein anklopft und sagt, okay, wir suchen einen neuen Trainer, hast du auch, wenn du dann die Spielbeobachtung machst oder die Analyse, dass du mal einen Verein hast und du sagst, also die Spieler, da bleibe ich lieber, also das möchte ich nicht, die möchte ich nicht trainieren. Würzburg war so ein Ding, wo echt Vogelwild war, da haben sie noch, Felix hat dann aus Brasilien zwei Spieler geholt und naja, es war ein bunter Haufen und da war schon die Einschätzung und Analyse, dass, oh, also, klar, die Trainer sagen immer so, ja, das kriegen wir schon hin und wenn Felix Wager anruft, ja, dann hat das auch schon ein bisschen Gewicht, aber die Analyse von mir war ganz klar, das ist echt ein ganz, ganz schweres Verfangen, aber wir wollten halt die Liga und wir wollten dann auch nicht die letzten fünf Spieltage, sondern das waren ja nach acht oder neun, deswegen haben wir es gemacht, aber im Nachhinein würden wir es auch wieder machen, weil wir gute Erfahrungen, weil wir viele Erfahrungen gesammelt haben, was mal, was da alles passiert ist in den sechs Monaten, aber es ist halt so, dass du als Trainer abwägen musst, weil du musst eine Analyse machen, dann musst du selber die Einschätzung haben für dich, kannst du die Ziele erreichen, was der Verein hat und die Vereine sind ja auch, die träumen ja auch immer, also großer Klub, Klausern heißt nicht große Spieler, als Beispiel jetzt. So ist es, so ist es, ja. Ja, Hamburg großer Verein, aber haben die große Spieler, ja, mit Abstrichen schon, aber wenn man genau in die Tiefe geht, da gibt es viele Probleme und da kommen Vereine wie Heidenheim, hört sich so komisch an, aber ich sage, die steigen auf, weil die das stabil machen und auch eine geile Mannschaft haben und das ist das nicht so einfach, nur weil du Schalke 0-0-0 bist. So ist es, das ist dann halt der Name. Benni, ich wollte dir ganz kurz... Sorry, ich habe jetzt für die ganze Zeit gerät jetzt. Nein, 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 das ist ja aber auch spannend, das ist ja wirklich, du bist ja direkt an der Quelle. Ich wollte gerade noch unseren neuen Moderator vorstellen, der ab jetzt immer mit dabei ist und zwar Norbert Dick. Grüß dich. Zum Thema Vertrag. Das war gestern wie bei Mario Gonner, da haben sie dann auch nach 15 Minuten gesagt, also Mario ist auch noch da. Ja, 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 ne? Das ist unglaublich. Aber wir haben ja gesagt, wir machen das zwei, drei Stunden lang, da habe ich dann auch noch mal eine Zeit. Benni, wir waren gerade beim Thema Eintracht und bei der Analyse vom Köln-Spiel beziehungsweise die Analyse der ersten drei Heimspiele, die wir jetzt gesehen haben und natürlich auch die Auswärtsspiele. Generell, was ist für dich die größte Baustelle beziehungsweise was hat dich am Köln-Spiel vielleicht gestört oder was fandst du wirklich gut? Wie war dein Eindruck? Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, ich bin ein Erfolg von Statistik. Die meisten Sprints, die meisten Balleroberungen der gegnerischen Hälfte, die meisten, die beläuft. Also Athletische passen ganz gut. So, jetzt haben sie natürlich einen riesen Umbruch. Manager eins weg, Manager zwei weg, Trainer weg, ja, Lindström neu, Hauge neu, ja, also und so weiter. Die haben natürlich jetzt ein ganz offensives Neue formiert. Ja, im Fußball hast du keine Zeit, aber du brauchst die Zeit. Das ist halt jetzt eintriche Thema. Viele Unentschieden, trotzdem nach der Umstellung auch ein bisschen stabiler geworden, auch in den Gegentreffern. Das macht mich zuversichtlich bei der Eintracht auf jeden Fall. Und es fehlt natürlich so ein bisschen dieser Adi-Hütter-Überfall-Fußball und die Büffelherde, wo sich halt alle Fans wieder emotional sehen. So, wir gehen jetzt ins Stadion und dann sehen wir fünf Tore, auch wenn wir drei kassieren. Ja, das ist ein bisschen anders geworden bei dem Trainer, das muss man sagen. Also der ist jetzt vom Typ her schon ganz anders als der Adi-Hütter und da müssen sich die Frankfurter auch erstmal an ihn gewöhnen oder umgekehrt. Deswegen, ja, also Köln habe ich nicht gesehen, ich habe Wolfsburg gesehen. Da muss man schon sagen, Wolfsburg hat schon eine andere Qualität, was sie auch noch reingebracht haben mit Baku und Co. Da haben sie nochmal gewechselt, also kriegen nochmal Nationalspieler auf den Platz. Das ist schon in der R gelaufen, muss man schon sagen, gegen Wolfsburg. Oder war Chancen bloß klar bei Wolfsburg. Aber ja, die Mannschaft, jetzt ist sie noch, warten nochmal ein paar Spieltage ab. Also das muss man schon nochmal, jetzt haben sie Antwerpen, das könnte, ich weiß, das kann ich Antwerpen jetzt genau einschätzen, aber es wäre gut, wenn sie dann Erfolgserlebnis sammeln vor der Länderspielpause. Wo spielen sie jetzt am Wochenende in? München. Am Sonntagabend in München. Okay, ja, München habe ich gesehen, ja, in Fürth, live sogar im Stadion. Da werden sie nicht hochgewinnen. Ich würde mich noch nie so sehr über einen unentschieden freuen wie in dem Spiel. Bitte, 1-1 wäre mega. Ich wollte gerade nochmal die Tür aufmachen, weil wir haben auch aufgrund der Zeit, ich habe noch sehr, sehr viele Themen im Gepäck und wollte mal mit dem ersten Thema anfangen. Wir hatten es gerade schon kurz angeschnitten. Lieber Norbert, was sagen wir denn zu Dardai und Hertha BSC Berlin? Es ist wirklich vor harte Kost, mein lieber Gesangsverein. Ja gut, aber ich meine, ob das nur an Dardai liegt, das kann ich natürlich so nicht sagen, weil ich meine, da kam dieser Wind fast 2019 und hat da, so wird es zumindest transportiert, 375 Millionen reingepumpt. Ja. Auch vor Dardai haben die jetzt nicht unbedingt jedes Jahr die Champions League gewonnen, nach meinen Informationen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob wir es jetzt unbedingt dem Dardai ankratzen müssen, aber natürlich ist er jetzt dann ja da und dann wäre es natürlich schön, wenn er Entwicklung zu sehen wäre und jetzt hängen sie auch wieder da rum auf Platz 12 oder was mit Satzpunkten. Das ist natürlich einfach für dieses Investment viel zu wenig. Und ich glaube, der Dardai als Typ macht zu viel falsch. Also ich weiß, wichtig ist Training und Ansprache und so, aber die Kommunikation nach außen ist einfach so krass fehlerhaft und da sind so viele Sätze dabei, wo ich als Außenstehender noch nicht mehr so echt denke, mein lieber Herr Gesangsverein, also wenn der Trainer der Eintracht das nach so kurzer Zeit sagen würde und würde anfangen, ja, ich bin nicht hier festgebunden und wenn sie mich nicht mehr haben wollen, kann ich auch gehen. Du hast gerade 6-0 gegen relativ schwaches Leipzig verloren. Davor, ich glaube, 5-0 gegen die Bazis verloren gehabt, zwei, drei Tage vorher. Oder war es die Bazis? Irgendwas hatten sie da der Leini geguckt gerade, als hätte er ein Reh überfahren. Aber Leini ist eigentlich der Mann der Statistik. Eigentlich habe ich gerade erholt jetzt direkt aus der Schublade die Statistik aus. Achso, der Leini hatte gerade akustische... Ich hatte gerade mein Headset ist gerade kurz ausgefallen, die Kopfhörer, aber ich bin wieder drin. Ich habe jetzt nur Steffens Fragen einen Blick gesehen. Bitte, was wollte er denn? Nee, gegen wen? Die Berliner, die hatten auch eine Packung gegen die Bayern bekommen, oder? Ich habe es hier gerade stehen. Wurken wir mal, Heteleini, das ist unser Taktik-Kirch. Sehr gut. Nein, die haben ja alle für Namen, wenn du es so willst, dann wird es nicht viel gewesen. Also sie haben sechs Punkte, also irgendwo müssen die auch hergekommen sein. Ja, wo ist sie hergekommen? Fünf Millionen, wenn man das... Die Berliner waren so oft einkaufen, wurden an der Kasse gefragt, sammeln sie Punkte. Naja, gut. Also haben überhin zweimal gewonnen, also da gibt es nichts. Aber haben die meisten Gegentore in der ganzen Liga, also das ist schon... Also heute läuft es wirklich. Ich darf mich jetzt gar nicht bewegen, weil irgendwie habe ich schon einen Wackeler drin, ich möchte es aber jetzt nicht kontrollieren. Im Kopf oder... Wo haben wir... Ich glaube Fußball, ne? Der Mann ist on top. Ja, aber kann man noch irgendwas nochmal in die Runde, also falls uns auch, wie heißt das, Fans von Hertha BSC zuhören sollten, wenn es da noch solche gibt. Was kann man da empfehlen? Also was kann man... Was müsste der da da jetzt machen? Also jetzt mal ganz ehrlich, glaubt doch irgendeiner, dass da da die Hinrunde besteht. Glaubt das noch einer? Oder kann man eigentlich jetzt schon sagen, mein lieber Freund, dann mach doch jetzt irgendwie, dann geh wieder in die U17 und Feierabend und lass den Robitsch einen neuen Trainer suchen. Wenn er nicht geht, bleibt er, weil die schmeißen ihn nicht raus. Wer will denn da arbeiten? Das ist ja ähnlich wie auf Schalke. Du hast ja jedes Jahr das Gefühl, also entweder müssen die absteigen, damit sie es raffen, beziehungsweise du hast irgendwie das Gefühl, Benni, du bist Trainer, vielleicht kannst du es besser nachempfinden oder erklären. Irgendwie hat man das Gefühl, die sind im Moment irgendwie nicht trainierbar. Ich weiß es nicht. Ich war ja da damals beim Bruno Labbadia. Da war natürlich dieses Big City Club. Die Klinsmann hat ja die große Präsentation und die PK gegeben. Dann geht es natürlich los, wie er gesagt hat, Norbert mit Windhorst-Investitionen. Ja, und dann hast du halt gedacht, du nimmst jetzt Geld in die Hand, dann kommst du direkt in die Champions League. Brauchst du natürlich schon mal so. Also klar, wenn es im ersten Jahr klappt, hat keiner was dagegen. Aber da waren so Spielertypen, die sich auch größer gesehen haben als Berlin, wie zum Beispiel Kunja. Toller Spieler, keine Frage, aber ein Einzelspieler. Luke Bakio, in Wolfsburg funktioniert er besser, aber da war er auch irgendwie, hat er sich größer gesehen als Berlin. Und das hat halt dann gefehlt. Und ja, also Berlin, ich glaube, Freddy Bobic ist der Schlüssel. Also Freddy Bobic ist einfach ein klarer Typ, der Leute hat, der da hinkommt, der auch unangenehm ist, der konsequent ist, der das Geschäft wirklich in- und auswendig kennt. und der hat auch nicht gleich ging es auch über die Relegation gegen Nürnberg. Aber der wird die richtigen Schlüsse ziehen. Also da bin ich voll überzeugt, dass es auch gute Trainer für Berlin gibt und dass Berlin auch trainierbar ist und dass der Bobic mit seinem Team halt auch die richtigen Schrauben dreht, damit der Kader jetzt dementsprechend zusammengestellt ist. Dardai hat sich natürlich mit der Aussage, dann gehe ich in meine U16, ich bin viel zu klein, hat er sich natürlich natürlich hat er ja auch öffentlich dann direkt zurechtgewiesen. Und Dardai hat sich natürlich jetzt schon eine Riesenbaustelle aufgemacht. Also ich denke auch nicht, dass es so lange mit ihm geht. Denke ich nicht. Aber ich sehe großes Potenzial in Berlin. Also lass uns mal in zwei, drei Jahren, das ist immer so ein bisschen weit weg im Fußball. Aber ich sehe großes Potenzial in Berlin. Ich sage nicht, dass die untrainierbar sind. Das Potenzial hatte der HFV aber auch mit Kühne im Nacken. Da siehst du ja, wo sie jetzt sind. Ich würde gerne, wenn wir mit Berlin abschließen können, oder hast du noch was zu Berlin, Steffen? Ne, ich hätte schon die nächste Tür, aber mach du sie ruhig auch. Genau, und zwar würde ich gerne, ich hätte eine Frage in die Runde, vor allem an die beiden, vielleicht fangen wir mit Norbert an. Wie stark ist der BVB von Haaland abhängig? Och, also naja, immerhin, sie haben ja gestern Sevilla mit 1 zu 0 vom Platz gefegt, sagen wir mal. Aber das ist, daran siehst du dann vielleicht schon. Ja, also das war irgendwie relativ stabil, das war jetzt auch nicht ganz groß in Gefahr, so wie ich das gesehen habe. Ich habe ein bisschen was davon gesehen, aber ich meine, es ist eine brutale Abhängigkeit. Also jetzt am Wochenende ohne Haaland, ohne Reus, dann wird es schon verdammt knapp. Und wenn ich so die Champions League mir angucke, dann wird es, also wenn Haaland nicht dabei ist, wird es wirklich dünn. Benni, hattest du schon mal eine Mannschaft, wo du einen Spieler hattest, wo du wusstest, oh scheiße, wenn der ausfällt, dann müssen wir uns wirklich was einfahren. U13, Eintracht Frankfurt, Marco Marien. Also wenn der, wenn der irgendwas passiert ist vor der Anreise beim Spiel oder beim Turnier, dann hätten wir das gar nicht hinfahren müssen. Also Marco war dann immer, war schon vorher der beste Spieler und der beste Torschütze des Turniers. War halt einfach überragend dann in seinem Jahrgang. Nee, aber sonst, ja klar, es gibt ja immer diese Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt. Die gibt es ja überall. Und Haaland hat natürlich viele Aktien, das muss man klar sagen. Deswegen, seine Statistik stand jetzt im Kicker nochmal eindrucksvoll. Das ist ja irre, in dem Alter so ein Kicker-Statistik zu haben. Das kann man nicht glauben, wenn man ihn nicht kennen würde. Ja, ja. Also der über, über allen Schnitts und was es da gibt. Also daher, jetzt ist halt die Frage, das war auch gestern dann so bei Amazon mit Summer und so war das so die Frage, diese Top-Spieler, die hören halt nie auf. Das ist die Frage. Kommt da dahin? Diese Kategorie. Die hören nie auf. Also die Ronaldos und Messi, die hören nie auf. Und das ist ja die Frage auf das Niveau. Aber ich glaube, dieser Typ ist ja, ich glaube, dieser Hunger, diese Freude, wenn ein Mitspieler ein Tor schießt, wenn der mit dem Tor gar nichts zu tun hat und nicht mal einen Assist macht, aber diese Freude, diese Lust und diese Geilheit auf Gewinnen, ich glaube, das zeichnet dann echt aus. Ich glaube, wenn der in der Kabine ist, selbst wenn du einen Gegner hast, wo du sagst, die Bayern oder Man City oder PSG oder Barcelona, na gut, Barcelona jetzt gerade vielleicht, aber sei es wie, aber real, aber sowieso von der Kategorie her. Und ich glaube, wenn der Haaland, der, ich glaube, der legt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, sein Stück auf den Tisch und sagt, Leute, heute geben wir Gas. Also der ist wirklich so, und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt und ich glaube, ohne diesen Haaland und ich kann mir vorstellen, wer glaubt, dass Haaland nächstes Jahr noch da ist, der ist weg irgendwann, der geht nach Irgendland, nach Italien, nach Spanien. Ich glaube, dann wird es für die Dortmunder richtig, richtig schwer. Also der Reus ist auch schon, geht auch schon so auf die Mitte 30, verletzungsanfällig und die Bellinghams und Cos werden auch Dortmund verlassen. Ich glaube nicht, dass die, ich glaube, in ein, zwei, drei Jahren ist der große Ausverkauf bei Dortmund und dann müssen die wieder von vorne anfangen oder die Barzis sagen, hallo Haaland, komm doch rüber an die Isar. Ja, ich glaube, zu Bayern geht er nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann geht er nicht. Ich finde, er passt am besten nach England von seiner Spieleweise her. Da ist natürlich die Kohle auch im Moment am meisten, das macht schon. Und ich glaube, das, was ihr sagt, was ihn zum Unterschied Spieler macht, sind natürlich körperliche Voraussetzungen und so, die hat er natürlich, aber das ist, was ihr angedeutet habt, das ist die Einstellung. Und das ist eben die Einstellung auch bei Ronaldo und Messi gewesen in den letzten 15 Jahren, die die gespielt haben. Das ist scheißegal, ob die nach Granada fahren und da schon wieder gegen einen Aufsteiger spielen. Die haben trotz, die wollen Tore machen einfach für die Geschichtsbücher. Die wollen derjenige sein, der die meisten Tore zu irgendeinem, die wollen so festgehalten werden und die denken in so großen Sachen. Lewandowski gehört genauso dazu. Der will einfach der Ausländer sein in der Bundesliga, der am meisten Tore gespielt hat. Und der wird und wird nicht satt. Immer mehr, immer mehr. Das ist scheißegal, gegen wen es geht. Der muss sich nicht für ein einzelnes Spiel motivieren, der motiviert sich über dieses große geschichtliche Ding, was er vorhat. Also das gehört zumindest zum Teil dazu. Da nochmal ergänzend zum Norbert, wenn man gestern Messi nach seinem Tor auf dem Gesicht... Wahnsinn! Dem nehmen wir in die Arme. Oder wir könnten es ja auch nochmal jetzt gleich... Ja, Benni, bitte, weiter. Ich war fertig, weil es ist alles gesagt. Wenn man einfach nur nach dem Tor... Ich meine, ja, ein tolles Spiel und da geht es natürlich viel um Rivalität, aber wie wichtig ihm dieses Tor war, obwohl er sechsmal Weltfußballer geworden ist. Wie wichtig... Der braucht die Kohle nicht. Das braucht er alles nicht. So, funktioniert, sagen die immer und so weit, aber dann guckst du ihm nur ins Gesicht, wie wichtig ihm dieses Tor war. All den Kritikern zu sagen, Freunde, ich bin Lionel Messi. Und der wird seine Frau scheiß, das machen seine Kinder daheim. Genau. Und das war ein typisches Messi-Tor. Das war so geil gespielt. Einfach aus dieser Bewegung raus, aus dem Tempo. Das war so geil. Ja. Ich habe etwas Interessantes gelesen. Ich glaube, es war sogar bei Bild. Und zwar ging es im Folgenden. Ihr habt die Szene bestimmt gesehen, als ich Messi bei der Freistoßmauer hinter die Mauer auf den Boden gelegt habe. Großes Thema, ja, ja. Großes Thema. Rio Ferdinand, seines Zeichens, ich glaube, bei Manu hat er damals gespielt, das ist schon Ewigkeiten her, hat gesagt, das kannst du mit einem Messi nicht machen. Ich hätte an seiner Stelle, wenn ich in der Mannschaft gespielt hätte, hätte ich gesagt, du stellst dich hin, ich lege mich für dich dahin. Und Hargraves ging noch weiter und hat gesagt, das ist einer der besten Spieler aller Zeiten, du kannst den doch nicht so eine Drecksarbeit machen lassen. Aber ganz gut, ich habe es nicht gelesen. Also ging es jetzt darum, dass der, also der Messi hat sich beim Freistoß der anderen auf den Boden gelegt, damit es quasi nicht unter die Beine durchgeht, der Band. Und es geht jetzt nicht darum, dass man das macht, sondern dass es der, dass es der Messias gemacht hat. Genau, dass der Messias so eine herablassende Arbeit machen musste. Ich finde es geil, dass gerade so jemand das macht. Gerade einer, der keinem mehr was beweisen muss. Egal, der legt sich dahin, der hat auch noch gelacht. Und vor allem, der hat auch dabei gegrinst, ich wollte gerade, der hat auch Spaß gehabt. Ja. Und in der Nacht wird es so als Majestätsbeleidigung quasi. Ja. Wow, damit er aber mal wieder ein Thema aufgemacht hat und die Bildzeitung sonst nichts zu melden. Genau das, genau das habe ich mich gefragt. Nichts bei der Bildung und dem Sport. Da haben sie immer recht. Immer. Ja, aber was sagt die Runde, ist das, ja, also, sollte sowas überhaupt Thema sein? Ja, weil er ist ja immer noch Spieler, um Gottes Willen. Also er ist ja jetzt nicht irgendwie, er darf sich ja als genau Spieler wie alle anderen, darf sich ja nicht für irgendwas zu schade sein. Also warum soll er sich da nicht hinlegen? Also in die Mauer zu stellen, macht ja keinen Sinn. der ist ja viel zu klein. Doch, da schießt ja jeder. Hab ich auch gedacht. Mit seiner Körpergröße hat er einen kurzen Weg nach unten. Also insofern, ja. Also unten ist es vielleicht sogar auch ein bisschen nicht so gefährlich wie oben, weil da kriegst du halt den Ball schon mal irgendwo. Also unten, klar kriegst du ihn auch. Aber ich glaube, der war glücklich, der hat sein Tor geschossen. Der ist angekommen in Paris und der hat jetzt gesagt, ja, das mache ich jetzt, weil ich hatte so viel Glücksgefühl. Ich lege mich jetzt auch da unten hin für die Mannschaft. Ich da auch mal ein bisschen auch. Ich will nicht sagen Show, aber ja, er zeigt natürlich allen, ich bin ein Teamplayer. Ist ja schon so. Das Thema, ich habe es nicht gelesen, aber das habe ich mir gestern beim Spiel auch gesagt. Geil, dass er es jetzt macht. Und die Zeit ist natürlich immer ein Riesending draus. Ja, absolut. Ich hätte das nächste Thema, es war ein ganz, ganz großes Thema die letzten Tage, auch bei den lieben Freunden vom Doppelpass. Dennis Eitikin, die Schiedsrichterentscheidung. Gladbach, Dortmund in der ersten Halbzeit. Und also die kurze Version, das für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht immer auch ganz kurz erklären von der Story her. Eitikin gibt einem Spieler gelb-rot wegen Lamentieren. Es ging ihm aber in dem Moment nicht unbedingt um den Spieler und das faul und das Lamentieren, sondern das generell ein bisschen lamentiert wurde und dass das vorher ein anderer Spieler gemacht hat. Ich glaube, den hatte er zwei, dreimal ermahnt und dann wollte er es quasi durchziehen und bei dem hat er dann gelb-rot gezeigt, weil ein Gegenspieler auch gesagt hat, ey, der hat hier gerade rum lamentiert. Frage. Und vor allen Dingen, das muss man dazu sagen, er hat mit dieser gelb-roten Karte das Spiel einfach ein Stück weit entschieden oder das war dann einfach Feierabend. Aber ging es nicht ums Abwinken, der, dem er dann gelb-rot gegeben hat, der hat abgewunken? Genau, aber er ging genau um diese Geste. Genau, weil das ein anderer Spieler von Dortmund vorher schon zwei, dreimal gemacht hatte und den hatte er quasi verbal ermahnt und hatte gesagt, okay, du lässt es jetzt bitte bleiben, ich mag das in meinem Spiel nicht und dann hat das ein anderer, aber das hat natürlich auch keiner mitbekommen und dann hat das der Dortmunder Spieler gemacht und war kurz irgendwie echauffiert und dann gab es gelb-roten. Also was ist im Fußball an Emotionen noch erlaubt oder war das irgendwie ein Zeichen, dass man Respekt auf dem Schiedsrichter gegenüber ist? Also wahrscheinlich muss man das wow, jetzt haben wir Straßenrangier wahrscheinlich muss man wirklich die komplette Geschichte von der von dem Spiel mitbekommen und auch hier habe ich nur die einzelnen Szenen gesehen und aus der einzelnen Szene muss ich wirklich sagen, kann ich nicht verstehen, warum Aytekin auch so emotional reagiert. Der ist ja wirklich auf den Zu und der war so wirkte so emotional involviert, wo ich sage, komm Alter, du bist so erfahren, jetzt halt mal echt den Ball flach auch als Schiedsrichter, ein bisschen mehr Souveränität, aber wie gesagt, wenn sich das natürlich über eine Halbzeit schon aufbaut und er schon mehrfach irgendwie darauf hingewiesen hat und die machen es wieder und versuchen und er hat wirklich das Gefühl, die versuchen seine Autorität zu untergraben, ja vielleicht hat es dann irgendwie schon einen Grund, aber mir in den Bildern, die ich gesehen habe, hat es sich überhaupt nicht vermittelt und ich dachte, Dennis, bleib mal cool. Dennis? Ja, also Schiedsrichter ist auch noch ein Mensch, wenn er selber mal gefiffen hat, der weiß, wie brutal dieser Job ist, wir Trainer gehen natürlich dann immer auf den Vierten und ja, aber hauptsächlich, ja, der kann ja auch mal irgendwie, also ja, wie er sagt, wir wissen ja nicht, was vorher alles gewesen ist und wieso er dann auch so emotional reagiert, wahrscheinlich hat sich das bei ihm auch angestaut, vielleicht war es in dem Spiel noch ein bisschen drastischer, da sind ja schon ein paar Spieler, der Hut ist schon einer, der dann häufig da ist und es hat sich wahrscheinlich angestaut, ich würde es jetzt gar nicht so hochkochen, ich glaube, die Dortmunder haben es in dem Spiel einfach nicht gut gemacht, also haben sie ja selber auch gesagt, deswegen auch zu Recht, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube auch zu Recht verloren dann das Spiel, ja. Wie mein Lieblingskabarettist sagt, das Wasser ist nie so heiß, wie es ist. So, mit Blick auf die Zeit würde ich gerne, würde ich gerne das Thema abholen, es gibt noch zwei Sachen, die mir wichtigsten stellen oder wolltest du noch was dazu? Ich bin jetzt gespannt, was du zu deinem Abschied sagst. Sag zum Abschied gleich, deswegen ist er da. Wo Abschied ist, gibt es dann auch wieder was Neues. Ich würde gerne mit einem Titel der Mundo Deportivo weitermachen, einen Titel mit der Schlagzeile Real vom Sheriff erschossen. Großartig. Jetzt haben wir die Schlagzeile des Jahres. Ein Satz dazu, wenn Sheriff in Madrid gewinnen kann, wieso kann ich Frankfurt auch in München gewinnen? Bam! Das wäre die Ansage vom Trainer. Das wären jetzt auch in 15 Minuten. Das war es für heute. Besser, wenn Sie sich klicken, abonnieren und so weiter. Das heißt, du vergleichst die Eintracht mit Tiraspol. Das ist natürlich nicht, wo das sein soll. Ungefähr das gleiche Budget der Kasse. Moldau soll ein gleiches Etat haben wie jetzt so ein mittelmäßiger bis unterklassiger Zweitligist. Also nur so, was der Modric locker bekommt. Ja, mindestens. Der Kader von Real ist 800 Millionen wert. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und wir wollen die Super League, die Euro und die Super Super League und dann gibt es so geile Sachen. Das ist Fußball. Deswegen lieben wir das. Genau deswegen, dass der in der 89. Minute diesen Ball in den Knick haut, über den Spann leicht inspann laufen lässt und der schlägt da im Knick rein. Das musst du feiern. So viel zu feiern. Die sind ja wirklich ausgerastet wie in welchem Meister. Ja, gut. Leini, ich weiß auch nicht, wieso die ausgerastet sind. Das kann ich mir nicht erklären, Leini. Zum ersten Mal in der Champions League und bei Real Madrid gewonnen. Ich meine, da sollte man sich mal ein bisschen zurückziehen. Ja, ja. Leini, da darfst du mal jubeln, oder? Da darfst du mal jubeln. Jubel. Ja, genau. Er redet noch ein bisschen bei Jubeln. Ja, klar. Jubel. Ach, okay. Ja, 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 ja. Also, da muss man aber sagen, nach zwei Spieltagen sechs Punkte, also das ist schon nicht schlecht. Aber das ist auch der Grund, dieses Mal wieder so ein bisschen, das ist auch der Grund, warum man den DFB-Pokal guckt. Also nach all dem Financial-Snap-Play und VAR-Diskussion, WM nächstes Jahr, dass man echt mal wieder einfach so ein Fußballspiel hat, wo man sagt, da kommt David gegen Goliath und dann packen die es vor allem auswärts, nicht daheim mit Stimmung der Fans, auswärts in Madrid gegen Ancelotti, gegen Benzema, also gegen diese richtigen Hockerräter und dann neunachtige Minute, bam, zwei, eins. Also sehr, sehr geil. Ich habe in der zweiten Hälfte gesehen, wie Real dann im Grunde nur noch versucht hat, Elfmeter rauszuschimpfen. Wo ich so dachte, das ist eure Wahl, das sind eure Mittel, die ihr gerade habt. Das ist nicht zu fassen. Das ist geil. Aber du kriegst dann halt auch weiche Beine, weil du denkst, wenn die uns besiegt, dann viel Spaß bei der Pressekonferenz. Also da gehe ich nicht. Ja, vor allem haben sie vorher noch ein Abseits-Tor gemacht. Also in der 78. haben sie noch ein Tor gemacht. Das war Abseits. Also da wäre auch der Letzte gewarnt gewesen. Aber also so eine schöne Story. Jetzt ist ja echt die Gefahr, dass sie weiterkommen. Ich hoffe, dass sie nicht Angst vor sich selber bekommen. Das gibt es manchmal im Fußball auch. Die Angst vorm Gewinn. Ich hoffe halt jetzt, dass es dem Gegner ein bisschen Furcht eingefleust hat. Aber es werden natürlich auch nicht mehr so viele, die unterschätzen. Das ist die andere Seite der Medaille. Also ich bin gespannt. Herr Baden, haben Sie noch was? Ich hätte noch was zum Abschluss. Ein romantisches Thema. Ein romantisches. Und zwar der SC Freiburg spielt ab dem nächsten Heimspiel im neuen Stadion, in der sogenannten Europa-Park-Arena oder Europa-Park-Stadion und hat im alten Stadion mit dem 3 zu 0 gegen Freiburg, gegen Augsburg. Ja, 3 zu 0. Und die haben jetzt in diesem alten Stadion 999 Tore geschossen. Und ich finde, das kann man mal erwähnen. Ich finde, die sollten noch ein Spiel machen, damit die auf die 1000 kommen. Ja, das wäre schon geil. Aber ich finde, das kann man erwähnen. Kurze Frage, warum wird jetzt dieses Stadion verlassen und das andere kommt? Ich glaube, dass es einfach mit der Struktur des Stadions zu tun hat. Das ist schon sehr veraltet. Und die hatten wohl überlegt, erstens mal die Kapazität ist höher. Im neuen passen glaube ich 34.000 rein. Im jetzigen sind es paar und 20. Und das ist halt auch ein bisschen marode. Ich glaube, die haben überlegt, bevor wir jetzt umbauen, bauen wir ein gleiches Neues. Das hat gekostet 76 Millionen plus 50 Millionen in die Infrastruktur. Aber es ist ein kleines schmuckes Kästchen. Das müssen wir denen lassen. Also ist schön. Und es ging ja auch immer berghoch, wenn du in Freiburg gespielt hast und bergrunter. Und der Platz war sehr klein. Also es war schon sehr ungewöhnlich für Bundesliga-Verhältnisse. Richtig. Aber süßes kleines Stadion mit der schönen Stimmung. Und der Chef durfte zum Schluss selber nochmal ans Mikro und irgendwie den Fans anheizen. Also der Streich, es ist ein Verrückter. Es ist ein Verrückter. Ich wollte ganz kurz nochmal als Rausschmeißer... Ja, den hätte ich auch gewählt. Den hätte ich gewählt am Sonntag. Absolut. Wenn er sich aufgeschenkt, hätte ich gewählt. Wo waren bisher überhaupt in diesem Podcast jetzt die ganzen Anspielungen auf die Bundestagswahlen? Also das weiß ich auch nicht. Nach dem Motto Barcelona... Keine politischen, ja genau. Barcelona ist sowas wie die CDU des europäischen Fußballes und sowas. Weißt du sowas? Norbert, genau für sowas haben wir dich hier am Start. Achso, ja, ja. So, meine Damen und Herren, mit Applaus für Norbert Dick. So, jetzt hat man... Ich sag mal so, 20 Jahre von einer Person abgehangen und sobald die weg ist, gibt es keine Punkte mehr. So, das ist die CDU. 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 Verstehst du? Ja, absolut. Verstehst du? Für sie steigt das Niveau. Ich wollte ganz kurz nochmal quasi einen kleinen Bayern-Ausflug machen. Zum einen die Frage, Frage Nummer eins, was die Bayern betrifft. Glaubt wirklich nach sechs Spieltagen jemand, dass die Bayern dieses Jahr nicht Meister werden? Keiner. Niemand. Also, wer soll das sein? Wir haben ja zum Anfang schon gesagt, die anderen finden sich noch und bis die sich gefunden haben, sind die schon weit weg. Also, du... Die haben zwar auch einen neuen Trainer und viele neue Spieler, aber die sind einfach auf so einem Niveau, bauen die um, das sind die anderen weit von entfernt. Ja, die Bayern haben halt seit der Champions-Siegsaison echt eine Mannschaft, die Bestand hat und ich... Also, sarkastisch könnte man sagen oder ironisch ist es scheißegal, wer da gerade Trainer ist. Die funktionieren. Da kannst du auch von mir in Sibbo Eichkorn hinsetzen oder sonst wen. Es funktioniert. Der Nagelsmann wird seinen Teil natürlich dazu beitragen. Das glaube ich schon. Ich glaube, das kann sehr, sehr schnell gehen als Trainer, dass du da bei den Bayern scheiterst. Bei den Charakteren und bei einem Sané und bei einem Hönes auch im Hintergrund so. Also, aber Nagelsmann macht das auf seinem Skateboard so cool. Ja, vor allen Dingen haben wir hier schon gesessen und du hast ja gesagt, es wird nicht funktionieren. Ich habe gesagt, es wird funktionieren. Okay, es sind erst sechs Spieltage, aber der wird seinen Teil dazu beitragen, aber die Bayern laufen heute rund. Das ist ja scheiße. Das ist ja wurscht. Die Bank ist ja besser besetzt als andere Bundesliga. Wahnsinn. Ja. Da hätte ich vielleicht nochmal eine Frage an den Benni, wenn wir jetzt schon mal einen Trainer hier haben. Was glaubst du, ist der Unterschied, wenn du sagst, du trainierst eine coole Zweitligamannschaft oder du trainierst eben irgendwie die beste Mannschaft Deutschlands. Was machst du, was ist in der Alltagsarbeit anders? Was glaubst du, wäre da anders? Ich habe jetzt eine coole Zweitligamannschaft trainiert, aber noch nicht so eine Mannschaft. Ja, ja, eben. Was stellst du dir vor? Was stellst du dir vor? Wenn du mit so zu tun hast, in aller Bescheidenheit. Was stelle ich mir vor? Ich denke natürlich, den musst du, die haben natürlich diese Intelligenz und für das Spiel insgesamt. Das heißt, du musst da jetzt nicht, ja, also taktisch, klar, kannst du ein paar Feinheiten angeben, ein paar Räume. Gerade wie Gagnola ist immer gut gemacht, der dann immer in Räume die Spieler stellt, wo sie sich echt gut fühlen und auch ihre beste Performance bringen können. Aber es geht da eher, es geht da auch nicht zu viel. Man denkt dir immer, wir müssen dann irgendwie was Besonderes machen als Trainer. Da geht es auch um die Basics. Also Nagelsmann lässt auch Einwürfe trainieren beispielsweise. Ja, das ist ganz wichtig. Wie viele Situationen entstehen aus Einwürfen? Nicht nur ein Einwurf, der dann reinkommt mit dem Tor, sondern Einwurf. Achtet mal drauf in der eigenen Hälfte der Gegner richten. Manchmal ist es auch ein guter Pressingball, um den Ball zu erobern, nach vorne zu gehen. Meistens hast du Ballverlust, du verlierst einfach so einen Ball und keinen interessiert. Aber das ist so wichtig. Deswegen, er sieht schon das Gesamte und er hat da klare Spielprinzipien und er hat halt diesen offensiven Trainergeist. Er ist keiner, der hinten jetzt. Und ich würde da auch nicht viel verändern. Du hast einfach die besten Spieler und du musst halt die Mannschaft insgesamt, die Mannschaftsführung ist entscheidend. Also die Mannschaftsführung ist das A und O. Das glaube ich, ist der Punkt. Also in Paris ist halt ein riesen Zirkus. Da hast du natürlich dann so viele Weltklassespieler. Da ist dann vielleicht auch weniger Fußball manchmal in Paris. Aber sonst musst du es halt moderieren. Das, was Heinkes hervorragend gemacht hat, das, was Angelotti auch auf hohem Niveau kann und so. Also das ist die entscheidende Komponente, dass du dann dich nicht wichtiger machst. Du darfst dich auch nicht wichtiger machen. Weil eine Mannschaft funktioniert auch ohne Trainer, ganz wichtige Regel. Aber kein Trainer funktioniert ohne Mannschaft. Das muss man sich immer sagen. Ja, toller Schlusssatz. Danke, es war's. Tschüss. Das ist doch eine Vorlage für den Titel heute. Da muss ich keiner überlegen. Ja, ich habe wieder den Titel, was ich dir gesagt habe. Dafür haben wir die Experten. Selbst wenn der Benni keine Zeit hat und wieder Trainer wird von der Mannschaft, wir buchen den Benni jetzt für Abmoderation. Also das ist fünf Minuten. Der Benni wird jetzt immer, Benni hast du Zeit um 20.55 Uhr brauchen Abmoderation. Bring was Geistreiches. Der Norbert hat über Politik gesprochen. Leider, die haben uns beschimpft. Feierabend. Dann wollte ich noch fragen, heute, jetzt gleich, in ganz genau neun Minuten, deshalb ist auch gleich Feierabend für uns, der Wohlverdiente. Die Bayern Champions League gegen Dynamo Kiew. Glaubt irgendjemand in die Runde gefragt, dass die Bayern nicht die Champions League gewinnen? In der US League haben die Bayern nur zu viel verloren gegen Kiew, in der Jugend Champions League. Aber so gesehen, ja, die werden weit, weit kommen. Ist einfach meine. Aber wer soll es gerade machen? Man City? Ha, 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 ha. Liverpool? Aber du siehst doch, dass die Geldvereine ins Finale kommen und mehr schaffen sie nicht. Zum Glück bis jetzt. Zum Glück. Okay, Chelsea hat es auch jetzt geschafft, aber der Abramovic ist so lange schon im Sattel. Den nehme ich da meistens mal ein bisschen außen vor. Aber ich wünsche mir grundsätzlich immer, dass es eine Mannschaft macht, die es aus eigener Wirtschaftlichkeit auch schafft, so weit vorne zu kommen wie die Bayern zum Beispiel. Und grundsätzlich, die Bayern werden weit kommen. Die haben auch die Erfahrung. Ich sage, die Bayern holen die Champions League. Das mit Magelsmann hat so schnell funktioniert, der hat den Sané aufgepäppelt. Goretzka und Kümich zeigen, wir wollen lange in dem Verein bleiben. Lewandowski, wenn verletzungsfrei, immer noch eine Maschine. Benni Sachs ist raus. Benni? Ich bin auch drin. Hört ihr mich? Achso. Ja, ja, ja. Ich bin auch da. Vor allen Dingen Goretzka. Der wird noch lange nicht angekommen. Ja, Goretzka wird noch ganz wichtig, glaube ich auch. Der hat jetzt schon, der zeigt so eine Präsenz und eine Persönlichkeit auf dem Feld und auch neben dem Feld. Genauso Leute brauchst du. Und das, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass die gewinnen, weil dafür ist der Weg doch noch einigermaßen steinig bis dahin. Aber es sind noch ein paar da, die ich auf dem Niveau dann sehe. Und wir wissen einfach nicht, wie es im nächsten Mai aussieht. Also es ist echt noch ein langer Weg. Bei Guardiola haben wir auch alle gedacht, natürlich gewinnt er mit Bayern die Champions League. Also ich möchte jetzt insofern an dem Punkt nicht zu politisch werken, aber es ist ein deutscher Verein. Herr Sachs, wie ist denn dein Eindruck? Um was ging es nochmal? Also du bist in deinem Fußballportal. Nein, aber die Champions, Männer, die Champions League zu gewinnen, City versucht seit vier Jahren mit Guardiola. Eine Milliarde jedes Jahr oder was weiß ich, was die da jetzt an Kader kostet. Aktuell eine Milliarde. Also und Paris versucht, ja, Hände ringend und Liverpool ist auch wieder, Van Dijk ist zurück, Liverpool ist wieder zurück. Also da gibt es so viele und es hängt von so vielen Dingen ab. Oh, Chelsea will es ja auch nochmal gewinnen. Also das zu sagen, Bayern ist gut, Bayern kann auch, klar, aber das jetzt zu sagen, keine Ahnung, also das ist viel zu groß, viel zu groß. Genau. Champions League zu gewinnen. Da würde ich eben auch sagen, Chelsea ist mittlerweile also so stabil auch unter Tuchel. Das kann ich mir auch nochmal gut vorstellen. Ja. Es bleibt auf jeden Fall ein Thema, das uns begleiten wird im Laufe dieses Podcasts. Und ich wollte zum Schluss noch fragen, euer Tipp bitte in die Runde, wie hoch verlieren die Bayern am Sonntag gegen Frankfurt? Also auch da sage ich, wenn wir die unentschieden Serie fortsetzen, dann wäre es so toll. Naja, wäre ein gefühlter Sieg, stimmt schon. Oh ja, ich hätte da keinen Tipp ab. Ich denke, weil halt die, wo keiner auf sie setzt, ich will jetzt nicht von 2018, war das glaube ich gewesen, Pokalfinale gegen die Bayern reden, aber so fühlt es sich gerade an. Also setzt ja keiner, hast ja gar keine Chance. Du brauchst erst gar nicht hinzufahren. Wer den Film gesehen hat, ja Adler im Anflug, der kann sich den eigentlich schon mal ansehen, dann kannst du eigentlich vorm Spiel die Mannschaft nicht alles komplett, aber es ist einfach wie jetzt in Madrid, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Wir lachen zwar, aber die gewinnen in Madrid. Also ich sage nicht, dass sie, aber ich bin überzeugt, dass sie ein gutes Spiel machen, was dann, ja, was dann dazu führt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber gerade, wieso nicht? Gerade bei den Bayern, wieso nicht? Warum nicht? Also ich bin einfach mal optimistisch, dass wir einen Punkt holen. Und man darf auch nicht vergessen, es gab eine kleine Phase, kurze und kleinere Phase, da waren die Frankfurter ein bisschen die Angstgegner von Bayern. War natürlich auch eine ganz andere Mannschaft und so, aber vielleicht können wir den Spirit ein bisschen mitnehmen. Aber die Phase war ganz kurz, Stefan, oder? Ja, ich weiß. Wie kurz war die Phase? Letztes Bundesligaspiel auch gewonnen. Vielleicht wird es ein halbes Dutzend Gegentore. Wir schauen mal. Freunde, dann sage ich an dieser Stelle nochmal viele Grüße, also bitte liken, teilen, abonnieren. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Facebook und vor allem bei Insta. Wenn ihr bei Insta uns folgt, seitdem auf dem neuesten Stand. Liebe Grüße an dieser Stelle an Goldstückcher69, vielen Dank für den Support. Liebe Grüße an den tollen Podcast, ich habe es mir gerade rausgeschrieben, rausgeguckt, Vierlefanz-Zaubertrunken, ein cooler Podcast, die wollen auch ein bisschen mit uns kooperieren und so. Da liebe Grüße. Und an dieser Stelle liebe Grüße nochmal an meine Mama, die das immer bei YouTube guckt und danke für die Unterstützung. Bitte Applaus an dieser Stelle für unseren neuen Moderator, habe jetzt immer mit dabei, Norbert Dick. Yes, thanks a lot, man. Und natürlich an die einstattenden Straßenbande, Benjamin Sachs. Yay. Ist er gerade? Bist du gerade? Ich gehe gerade zu einem Kumpel, wir gucken Champions League. Ach so. Ja, ist gut. Bist du in Fashion Town gerade? Nee, ich bin in Frankfurt, nee, der EZB. Ah, im Ostend, im schönen Ostend. Ja, ja, Ostend. Also dann, liebe Grüße, will dein Kumpel auch mal kurz in die Kamera schauen vielleicht? Nee, ich suche ja noch, wo er wohnt. Ach so, ach so. Ich bin im Internet, den kenne ich ja. Oh mein, der hat das auch im Handgeber geschrieben. Und, Steffen, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen, wir haben etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen für die nächste Woche. Das kann man ja ruhig mal sagen, wir haben es ja auch gepostet. Bindestraße. Ich bin ja kurz weg, ich bin gleich wieder da. Bitte, Benni. Bindestraße. Sowaldstraße. Was wolltest du sagen, Herr Barton? Wir haben ja bald einen schönen Gast, das können wir ja ruhig mal ansprechen, vielleicht können wir es kurz mal andeuten, und zwar den großartigen Marko Russ. Oh ja, schön. Oh. Genau, also wir haben jetzt momentan zwei Zusagen, und wir sind noch am Plan. Wir haben, Marco Russ bringt am Freitag, bitte alle kaufen, sein neues Buch heraus. Am Dienstag, oder für Dienstag, hat er einen Pressetag anvisiert, da sollen wir mit dabei sein. Wir gucken jetzt gerade noch, oder wir klären mit dem Edel Verlag nach einem Termin. Und eine Zusage haben wir vom Verlag für, wie heißt er noch? Ich war gestern nochmal. Zeigler. 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 Genau, da hat der Verlag auch zugesagt. Wir sind jetzt auch gerade am Plan, wir haben fünf Termine rausgeschickt. Und das wäre natürlich mega, wenn das so klappt. Also Russ gibt es eine Zusage und von Zeigler. Wir haben mal mit, das muss man so ehrlich sagen, mit beiden nicht gesprochen, sondern es läuft über die Verlage, wo sie ihr Zeug veröffentlichen. Also ihr Buch und ihren Kalender. Genau, aber das wäre natürlich mega. Und genau, genau. Dann bitte noch Applaus für Laini. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch für den Stecki. Wir versuchen, die Folge so schnell wie möglich rauszuhauen. Und ansonsten immer Dienstagabend sind wir am Start oder wenn Champions League ist, Mittwoch. Und wir gucken jetzt mal, vielleicht kommen wir sogar heute noch hochgeladen. Die Herren, vielen Dank, viel Spaß bei den Bayern. Das war eine super, super, super Runde. Benni, vielen Dank. Norbert, vielen, vielen Dank. Danke, Norbert. Danke, danke euch. Und dann Laini, du warst auch okay. Und dann. Jetzt haben wir die Abstufung. Ja, ja, man merkt. Hier erschienen. Seine Sammlung, er hat schon eine Figur. Und dann, vielen Dank, viele Grüße. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dann. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Bayern.